Wie man am Wetter sieht und wie man an meiner Kleidung sieht, gibt es natürlich auch im September, im Herbst 2013, Tage, wo es nicht so besonders ist. Aber es lohnt sich immer wieder einen Spaziergang durch die Innenstädte zu machen und was man hier viel kann, man kann hier viel Muscheln essen. Musik Das Städtchen, wo wir heute sind, heißt Rös. Rös müsste, glaube ich, niederländisch sein. Die Kamerafrau, die lacht. Also ich wiederhole nochmal auf holländisch Rös. Und durch Rös machen wir heute einen Spaziergang. Musik 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 Musik